Als ergerichtet wurde, war ich zehn Jahre alt. Die Besatzer sind schuld. Ein Leben ohne Würde ist wertlos. Sein Schicksal kann man nicht ändern. Es gibt keinen anderen Weg. Du fühlst, du stehst dem Unterdrücker so allein und wehrlos gegenüber. Du suchst noch Lösungen, das um euch zu beenden. Lass uns zurückgehen, so können wir nicht siehen. Untertitelung des ZDF, 2020